Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Saints Row the Third. Hallo, ich bin doch wieder da. Ja, ich hab's so gemacht. Ach, wirklich? Bist du wieder da? Wie schade. Ich will dieses geile... Da. Das geile Motorrad ist Feuer sprengen kann. Ich will das da machen, das ist so geil. Fliegst du gerade? Nee. Gut, ich brauche Hilfe. Alter. Es war alles klar, ich brauch nicht Hilfe, würde ich? Die Boxen sind zu schwer. Ich verfolge Dinge in mein Platz. Es sind Boxen. Niemand, du hast dich. Ich hab's. Warum das? Ich krieg mich eh nicht. Warte, fuck. Was? Bist du auf mich warten? Du hast meinen Reifen kaputt gefahren. Hab ich. Du hast mich einfach angefahren. Komm her, steh mich mit. Alter, nein! Flogenwerfer! Wann bleibst du stehen? Ach, guck mal, da ist sogar Werbung für mein Ding. Es muss Kitty-Style. Ich frage einfach der Feuer-Ding. Weh, du fährst mich von hinten um, gell? Ich bin ins Wasser geflogen, ja! Dein Problem! Was mache ich denn ganz? E drücken, dann kommt's irgendwann ans Ufer. Ach, wirklich? Tja, das geschieht ja gerade recht. Ich kann dich nicht wiederbeleben. Kacke. Ist doch noch was da. Das geschieht ja gerade recht, ohne Scheiß. Wegen was bist du jetzt eigentlich gestorben? Oh, du hast explodiert. Aber Hauptsache voll getunt, aber dann explodieren. Ja. Müssen wir jetzt Kisten schleppen, oder was? Keine Ahnung, bist du schon da? Gleich. Das hier ist bloß voll, voll abgegammelt und voll unauffällig, dass hier jemand wohnen kann. Kacke, am Auto fehlt ein Reifen. Boah, eh. Ja, wir schleppen wohl Kisten. Oh, wie langweilig! Not yet. Okay, then what have you been doing since you got out? Power leveling? You're killing me, Kenzie. I can't help you take down the... Oh, das Spiel ist so geil jetzt! Was? Ja, das Spiel, was wir jetzt spielen. Super 2. Und du darfst fahren. Fuck you. Mach mal die Musik aus. Warum? Achso. Toll, was kann ich machen? Du darfst nur durchs Blaue fahren. Achso. Wie jetzt? Nur durchs Blaue fahren, fahr. Nichts Blauen fahren, fahr. Nein, durchs Blaue fahren, aber nicht durchs... Nicht durchs... Durchs... Durch die blauen Panzer. Oh Gott, bist du schlecht. Wie fährst du überhaupt? Richtig scheiße fährst du. Schaffst du das erstmal. Kann ich hier absteigen? Nee, ich kann hier ja nichts machen. Meine Güte, ey. Du hast noch 8 Sekunden. Hacke. Fahr durchs Blaue Tor. Und jetzt beeil dich. Ich fahr einfach so schnell, wie es geht. Hacke. Du hast noch 3 Gates. 2 Gates. 1. Ach, zum Glück hast du es geschafft, gell. Am Schluss... Am Schluss ging es ja. Aber am Anfang... Na, das muss ich sagen. Ja, ich glaube auch. Also es sieht auf jeden Fall mal so aus. Du kannst es auch machen. Amok fährt. Ihr. Ja, aber dann musst du das... Oder kann... Weil ich glaube, dann musst du immer wieder fahren. Nee, du. Ja! Bestimmt fähr dich jetzt genauso. Alter, ich sehe gar nichts, Dominik. Du. Guck, ich bin viel besser als du. Siehst du? Kann man auch an der Wand hochfahren? Ja. Hast du so einmal ein Looping machen? Kannst du ja ausprobieren. Oh, wie cool. Ach, die kannst du abschießen? Ja. Ach so. Oh. Oh, kacke. Was? Ist voll schlecht hier drin. Ich bin totally... Totally schlecht. Weeeeeeep. Okay. Wir können... Ah ja, ich habe uns gedacht... Äh, uns gedacht. Gut, das ist deutsch. Ich habe gedacht, dass wir diese Zusatzaufträge, die durch das Full Package dazugekommen sind, erst am Schluss machen, okay? Ja. Gut. Alter, 3000 Meter. Fahr mit. Fahr mit. Hier geht's schneller. Ach, hast du dir schon wieder das Auto liefern lassen? Sollte eigentlich kommen, ja. 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 Das ist irgendwie nicht so der Fall. Ganz da, nee. Hopp, steig ein. Hopp, 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 hopp. Alter! Steig ein, das Auto ist schnell. Das ist doch, oder? Nee. Alter, was machst du, was machst du, was machst du? Was du fährst. Ja, wer soll denn sonst fahren? Du musst sag, was machst du? Fahren. Ja, das Auto gerade eben vor uns. Wow! Mann, ich wollte gerade den Motorradfahrer umbringen. Sag mal, ist dein Motto Augen zu und durch? Nee, mein Motto ist Geisterfahrer. Das ist ein gutes Motto, wer bremst, verliert. Meins mal. Peter. Sagen wir, es wird unser Motto. Ja. Das Motto ist nämlich toll. Die armen Leute, so, vor der Polizei. Ja, mein Motto ist halt, wer bremst, verliert, ist doch selber schuld, ey. Find ich gut, find ich gut. Was war das denn? Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Du bist doch. Du hast doch echt einen Knall. Wickel, ich bleib stehen. Ach so, wirst du mitfahren? Ja. Nein, du willst mich nur kaputt schießen. Erstmal, ich nutze hier. Oh, das ist eine Limo. Meine Limo. So. Ich will hinten rein. Hab ich ja rausgeworfen. Hä? Darfst du nicht vorne einsteigen? Ach, egal. Das geht's ja nicht. Oh Gott, ist die Limo langsam. Schulterblick nach links. Da ist keiner. Okay. Geh weg da! Was machst du auch? Wie kann man dann hupen? Keine Ahnung. Alter, ist die langsame. Ich google mal mit dem Handy. Wie man hupen kann. Ah, ich hab's gefunden. Auf F. Drift! Soll episch aus. Was machst du? Beinahe wären wir da in die Granate reingefahren. What the fuck is this hell? Ich will die Limo als Auto haben. Ah, der ist nicht mehr zu vorn. Fuiiii, und jetzt? Wer ist? Ist mein Sensor abgestürzt? Lukas? Kein... Ja, hab ich... Deins auch? Nein, deins. Meins? Ja. Okay, wir sind jetzt bei elf Minuten. Ich würde sagen, das reicht aber, oder? Okay. Ja, war's das für diese Folge. Und wir sehen uns nächstes Mal. Tschüss. Tschüss.